Das ist der schlimmste Verrat für dein... Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ah, Monke. Ein paar Vanille-Faul-Bets! Lassen Sie mich, Herr Dritter von Greimann, Fräulein Retschung. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmel muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Von vor kommt der Beschuss! Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Collar. Collar, geben Sie mir, Collar. Collar. Ich gehe nach die Pläne und habe die Mäse geführt. Jesus! Die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufhängt! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Sie übernehmen lassen. Die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufhängt! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich!